Hallo und herzlich willkommen in meinem gemütlichen Modellbahnkeller. Ein neues Wochenende ist angebrochen, diesmal geplant mit Zeit. Bevor es losgeht mit der gestalterischen, schöpferischen Tätigkeit, wird natürlich erstmal gespielt. Die BR 53, ich weiß, es ist eine schwere Güterzug-Lokomotive, aber mit den alten Metall-D-Zugwagen sieht sie einfach zu gut aus und ihr wisst ja, bei Spielbahnern ist das erlaubt, was gefällt. Ganz einfach. Heute werde ich versuchen, das Mini-Diorama von der letzten Folge einzubauen auf meine Platte. Das ist ja immer die Schwierigkeit, wenn du eine große Platte hast, wie du das ganze Zeug gestaltest. Und heute probieren wir einfach mal eine Collage. Wir wollen dieses Stück Brett möglichst harmonisch auf unserer Platte einbauen und schön zur Geltung bringen. Wie ihr seht, sieht das alles noch sehr unwirklich aus. Ein Überhang über den Gleisen, es schwebt quasi in der Luft. Daher macht es Sinn, dass wir erstmal ein bisschen Straße machen. Wenn wir schon mal Straße haben, ist quasi schon die Hälfte der Arbeit erledigt. Das heißt, ich sehe, dass wir zur Bühne Were Golden haben. Wir haben eine von den Gäste Wekatze. Untertitelung für die Bühne kimse mit dick. Whatever ist denn da? Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Als nächstes werden Klötzchen gesägt, die ich unter meine Straße platzieren kann, um möglichst stabile Plateaus zu erzeugen. Ihr seht, ich nehme hier billigstes Restholz. Es ist nicht einmal gehobelt oder gediktet, es ist einfach nur zersägt. Aber es ist relativ günstig und unser Heißkleber, der speziell für Holz geeignet ist, kann damit sehr gut umgehen und kann auch eventuelle Unebenheiten ausgleichen. Ich benötige heute tatsächlich sehr viel Mauer. Deswegen wird noch einmal, naja, ihr wisst, Granieren ist nicht das richtige Wort. Ich male einfach diese Mauerplatte mit weißer Farbe an, gehe dann mit Wasser drüber, sodass die weiße Farbe sich in den Ritzen und auf der Struktur festsetzt. Dann sieht das Ganze einfach ein bisschen schöner aus. Aber das hat nichts damit zu tun, dass es in irgendeiner Form realistischer wird. Es wird nur ein bisschen gemütlicher. Also, es wird nur ein bisschen gemütlicher, aber es wird nur ein bisschen gemütlicher, aber es wird nur ein bisschen gemütlicher. Also, es wird nur ein bisschen gemütlicher, aber es wird nur ein bisschen gemütlicher. Immer wenn ich Styropor kleben muss, benutze ich den Ponalleim fix und fest. Er ist einen Tick teurer, aber es ist echt klasse. Du kannst auf dem flüssigen Leim das Styropor draufstellen und es hält erstmal. Das gibt eine, ja, man kann es gerade direkt weiterverarbeiten. Das ist wirklich gut. Im Übrigen, alles, was ich verwende, auch die Mauerrollen und so weiter und so fort, habe ich euch in den Videos unten verlinkt. Einige fragen dann immer, ja, wo kriege ich denn die Mauerrolle her oder was für einen Kleber benutzt du und so. Guckt bitte in die Videobeschreibung und dort sind überall die Links. Wenn ihr da drauf klickt, bekomme ich eine kleine Provision, aber für euch ist es nicht teurer. Ihr müsst natürlich nicht darauf klicken, aber es ist eine kleine Unterstützung für den Modellbahnkeller, falls ihr über diese Links etwas einkauft. Wenn eure Cuttermesser klingen, werden sehr schnell stumpf, wenn man Styropor schneidet. Um euer Cuttermesser länger zu verwenden, könnt ihr es einfach mit einem 400er Schleifpapier anschleifen. Ihr könnt ja nichts falsch machen beim Anschleifen, denn diese Klinge ist ja sowieso nicht für die Ewigkeit. Aber wenn man ein paar Sekunden über das 400er Papier drüber schleift, ist das Messer so scharf, dass es wieder richtig gut durch euer Styropor durchkommt. Ja, Mauern sind das halbe Leben bei dieser Bautechnik. Und wenn ihr jetzt einen Tunneleingang habt, wie in meinem Fall drei, und ihr habt ein einziges Tunnelportal nur zur Verfügung, dann nehmt es doch einfach als Schablone. Einfach anzeichnen und ausschneiden. Das sieht nicht so schön aus wie ein gekauftes Tunnelportal. Aber es ist erstens günstiger, zweitens selbst gemacht und drittens ist es ja auch ein bisschen der Fantasie überlassen, was man da tut. Und man kann sich auch im Nachhinein sehr verkünsteln. Man kann auch Tunnelportale komplett selber machen. Die Materialien wie Styropor, unseren Kleber und ein bisschen Struktur haben wir ja nun schon. Das ist jetzt ganz interessant. Die neue Platte ist ein ganz klein, ein Millimeter weniger stick als die alte Platte. Jetzt habe ich hier einen kleinen Überstand. Das kann man perfekt mit diesem Heißkleber kaschieren. Du machst einfach ein bisschen dicker den Heißkleber drauf und drückst die neue Platte einfach nur so fest, dass sie bündig ist. Du musst sie ja nicht ganz runterpressen. Das ist eine tolle Möglichkeit. Das ist ein Vorteil im Gegenüber einem normalen Holzleim beispielsweise. Ihr seht schon, diese Technik unterscheidet sich ein kleines bisschen. Wir haben hier in dem Sinne keine Grundplatte, sondern wir haben ausschließlich Plateaus. Wir fangen immer mit einer Straße an, die freischwebend durch unsere Anlage führt. Danach kommen rechts und links Plateaus, die entweder höher oder tiefer liegen als unsere Straße. Ich empfinde es sehr schön, wenn die Straße ein bisschen tiefer liegt als die Umgebung. Und so mache ich meine Plateaus natürlich etwas höher als die Straße ist. Immer wenn ich bei Straßen ein Gefälle habe, versuche ich von Plateau zu Plateau zu arbeiten. Das heißt quasi, die Straße macht immer eine Art S-Kurve, weil sie quasi gerade gehalten wird auf den Plateaus. Jetzt kann man es sehr schön sehen und zwischendrin eben in einem S durchschwingt. Das gibt eine sehr harmonische Straßenführung, fast wie in echt. Von meiner Hauptstraße soll natürlich auf dieses Plateau auch noch eine Straße führen. Dazu nehme ich ein Stück Pappe oder hier in dem Fall habe ich einfach ein dünnes Stück Kunststoff genommen. Das ist ein Millimeter Plastik und habe einfach so eine Art Straße mir zugebastelt. Das muss nicht hundertprozentig sein, wie immer bei mir. Der Effekt ist aber trotzdem so, dass ich mit meinem Unimog da hochfahren kann. Das ist ja das Ziel, was ich erreichen möchte. So, wir probieren das aus. Ihr werdet sehen, der Unimog tut sich ein klein wenig schwer mit der Steigung, liegt aber daran, dass dieses Plastik wirklich unfassbar glatt ist. Aber er kommt hoch. Das ist die Hauptsache. Wenn ich später den Straßenbelag vielleicht mit 400er Schmirgelpapier mache, dann habe ich da, sehe ich da überhaupt gar keine Probleme. Und jetzt geht es ans Mauern, Mauern, Mauern. Und ja, das ist dann einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Ihr wisst, ich mag keine Poster von Naturbäumen als Hintergrund. Ich finde das bei großen Anlagen furchtbar, weil sie nach spätestens ein, zwei Jahren richtig gammelig aussehen. Ich bin da auf einsamer Flur. Ich weiß, ich habe lieber Bilder an den Wänden und mache quasi eine Art, ja, wie nennt man das, künstliche Mauer als Hintergrund in diesem Fall. Und ich finde das für mich sehr, sehr passend. Kann aber jeden verstehen, der lieber ein bisschen Naturhintergrund hat. Wenn sich jemand fragt, ja Matthias, Moment, bei der anderen Anlage 190 mal 63 Zentimeter hast du doch so ein Poster als Hintergrund. Kann ich nur sagen, ja, bei Kleinanlagen macht das für mich wieder Sinn, weil da das Poster selbstverständlich viel leichter ausgetauscht werden kann, als wenn du eine drei Meter tiefe Anlage hast und du an das Ding nie mehr hinkommst. Apropos Kleinanlage, erinnert ihr euch noch an mein Mikromodul mit den schaukelnden Menschen, mit meinem Spielplatz? Dieses Mikromodul will ich jetzt in meiner großen Anlage verbauen. Ich finde das bestimmt sehr schön, wenn sich auch ein bisschen was bewegt. Und dazu mache ich das ganze Modul als neues Plateau in den Vordergrund, genau dort, wo meine Tunnelportale sind. Ihr seht, wie hier quasi ein neues Portal entsteht, was quasi schon ein fertiges Modul war, ursprünglich geplant für meine Kleinanlage. So, jetzt geht es ans Eingemachte. Wie verbinde ich denn nun diese Platte mit meinen Styropormauern oder diese Plateaus mit den Styropormauern? Ich suche in diesem kleinen, selbstgemachten Apothekerschränkchen. Über Generationen, über die letzten 100 Jahre haben sich dort allerlei Dinge angesammelt. Und ich hoffe, ich werde fündig, in irgendeiner Form etwas zu bekommen, um eine Verbindung herzustellen. Ja, liebe Freunde, zum Glück habe ich noch so ein bisschen Draht gefunden. Der ist wirklich Asbach-Uralt. Der liegt bestimmt schon 30 Jahre bei mir in der Schublade. So ein Draht kann man auch relativ günstig Geld kaufen. Das ist ein ganz normaler Draht für Strom. Und wir können da natürlich was ganz Besonderes draus machen. Dazu brauchen wir aber eine Schieblehre. Zumindest irgendwas, um den Durchmesser von dem Draht bestimmen zu können. Das machen wir gerade mal. Dieser Draht hat einen Durchmesser von 1, 2 Millimeter, noch keine 3. Deswegen muss man gucken, welche der kleinen Ziffern genau übereinstimmt. 1 nicht, 2 nicht, 3 nicht, 4 nicht, 5 nicht, 6 nicht, 7 nicht, 8 stimmt überein. Das heißt, wir haben einen Durchmesser von 2,8 Millimetern. Und mit diesem Durchmesser von 2,8 Millimetern können wir einen 3 Millimeter Bohrer nehmen, ein Loch bohren und den Draht da reinstecken und er wird halten. Jetzt schauen wir mal, ob das auch so in der Praxis funktioniert. So, Klappe auf und wir gucken mal, ob wir einen 3 Millimeter Bohrer finden. Ja, unfassbare Ordnung. Da ist er auch schon. Wunderbar. Einfach mal ein Loch bohren. Wir nehmen unseren Draht. Und was soll ich sagen? Er passt perfekt rein. Man kann ihn reinstecken. Und damit haben wir jetzt eine wunderbare Möglichkeit, ein Grundgerüst zu bauen für unsere Gipsbandagen. Wir spannen quasi jetzt mit unserem Draht ein Gerüst. Es werden die Löcher gebohrt. Und danach wird der Draht zugeschnitten in kleine Stückchen, sodass er in einer runden Form oder halt zumindest nicht komplett eckig von A nach B kommt. Sonst haben wir das ja mit diesen Schaschlikspießen gemacht. Schaschlikspieße sind ein bisschen leichter zu verarbeiten. Der Nachteil ist, sie sind halt immer gerade. Man kann nur gerade Böschungen machen. Aber so kann ich tatsächlich einen kleinen Bergkamm darstellen, sozusagen. Es ist nicht wichtig, ob man das perfekt macht. Je ungenauer und grummer, umso besser. Ihr werdet das nachher noch sehen. Eine sehr entspannende Arbeit. Selbstverständlich habe ich zwischendurch immer mal wieder gespielt. Und zwar von Amts wegen. Denn man muss ja gucken, ob die Züge auch nach wie vor sehr schön unten drunter durchpassen. Eins ist klar. Wenn das alles oben dicht ist, dann kommst du unten an die Gleise nur noch ganz schön schwer dran. Ja, das ist halt ein Nachteil, wenn man so einen Geländebau macht, wo die Züge unten drunter durch waren. Man kann sich richtig schön vorstellen, wie die Landschaft später einmal aussehen wird. Es ist zwar jetzt alles noch ein bisschen gerippig, aber so bin ich erst mal zufrieden. Mit Handschuhen ausgerüstet. Mit Gipsbandagen bewaffnet. Sie sind unfassbar günstig im Internet zu bekommen. Geht es los und ich werde einfach diese Gipsbandagen nass machen in diesem Wasserbad und auf mein Stahlgerippe drauflegen. Eine doch sehr feuchte Tätigkeit, muss ich sagen. Eine Info noch. Diese Farben vom Baumarkt sind wasserlöslich. Und zwar auch dann, wenn sie durchgetrocknet sind. Da habe ich nicht mehr daran gedacht. Ja, ich glaube, das ist ein Vorteil der Fallerfarbe. Denn sie ist zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, lösungsmittelfrei. Und sie haftet auch auf wirklich jedem Untergrund. Allerdings ist diese auch sogar wasserfest. Wenn sie einmal getrocknet ist. Und so sieht es aus. Das fertige Winterwonderland. Es sieht ein bisschen aus wie eine Schneelandschaft. Ein paar Löcher sind noch drin. Aber die Viskosität vom Holzleim ist so groß, dass er nicht durchtropft. Wir haben das meiste schon wieder geschafft. Es ist so entspannend und so schön. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu begrünen. Ihr wisst ja, ganz normal mit Holzleim wie immer. In diesem Fall hat mir der liebe Kurt und die liebe Biene verschiedene Formen von Streumaterial zukommen lassen. Also wir probieren das mal aus. Ich bin mal gespannt, ob ich hier in irgendeiner Form fündig werde. Denn ich bin ein Gewohnheitstier. Als Gewohnheitstier nimmst du immer das Gleiche. Und das ist meine noch Streuwiese. Aber ich werde jetzt tatsächlich mal mich überwinden und von Kurt und Biene etwas anderes benutzen. Einfach nur, um zu gucken, wie es aussieht. Die Profis unter euch müssen jetzt sehr stark sein. Das Begrünen der kompletten Fläche hat mich gerade mal 20 Minuten gekostet. Und das seht ihr auch gleich, warum. Ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch, was das angeht. Und halte mich da nicht mit Kleinigkeiten auf. Ihr wisst, in Grasmaster finde ich ein kleines bisschen überflüssig für den Spielbahner. Für den Profi ist er auf gar keinen Fall überflüssig. Für den Spielbahner reicht es vollkommen, wenn du die Wiese einfach nur draufklatschst. So wie in meinem Fall. Lasst euch überraschen. Stellen, die ich mit der Wildwiese nicht bedecken konnte, ragen braun heraus. Was nicht schlimm ist, weil es sieht so ein bisschen erdig aus. Trotzdem komme ich nicht umhin, doch noch meine Noch-Wiese einzusetzen. Zumindest an den Böschungen. So habe ich ein ganz klein bisschen Kontrast. Zumindest, dass es nicht alles unisolo dunkelgrün aussieht. Ich hatte noch ein bisschen Bronze-Metallik übrig. Das werde ich jetzt als nächstes Mal als Untergrundfarbe versuchen. Und weiter geht's. Nicht kleckern, sondern klotzen ist hier die Devise. Für mich eine entspannende Tätigkeit, weil es geht schnell. Man sieht sofort Erfolg. Wenn in Wirklichkeit die Wiese so schnell wachsen würde, wäre das natürlich auch ein Traum. Hier hinten nehme ich wieder meine Lieblingswiese. Im Grunde genommen ist es total egal. Im Nachhinein fällt dieser Unterschied überhaupt nicht ins Gewicht. Im Gegenteil, je mehr unterschiedliche Sachen es gibt, umso besser. Ihr werdet sehen. Ich werde nachher auch mit Flock arbeiten, um einfach das Ganze etwas unseriöser wirken zu lassen. Der Rest wird einfach aufgesaugt, gesammelt und wieder zurückgeworfen. Ihr kennt die Sache. Ich liebe Vago-Klemmen und zwar die wiederverwendbaren Vago-Klemmen, die mit einem Klick zwei Kabel miteinander sicher, kurzschlussfrei und auch reversibel verbinden. Das heißt, du kannst sie immer wieder benutzen. Die Dinger sind traumhaft und so kann ich die Beleuchtung von meinen Häuschen auf die einfachste Art und Weise vollführen. Früher habe ich die Kabel einfach verdrillt. Aber wenn du sie dann wieder auseinander machen wolltest, musstest du erst die Isolation abmachen und so hast du alles in einem. Sie kosten ein bisschen was, aber du kannst sie immer wieder verwenden. Und schon habe ich ein kleines Schlösschen auf dem ersten Plateau stehen und dieser kleine Vorplatz hier wird jetzt auch noch begrünt. Faller Straßenfarbe. Die beste Straßenfarbe überhaupt, aber auch eine der teuersten Straßenfarben. Normalerweise mischen wir schwarz mit weiß, aber auf Kunststoff hält normale Farbe vom Baumarkt nicht. Da musst du diese Faller Straßenfarbe nehmen. Ganz einfach. Für unsere Hauptstraße sieht das wieder ganz anders aus. Wir machen viel weiß mit ein bisschen schwarz und bekommen ein schönes hellgrau für diese, ja, sagen wir es ist eine Bundesstraße. Der weiße Lackstift vom DM hat mir an dieser Stelle nicht gefallen. Also einfach die Straße überstreichen und neu mit Lackstift arbeiten. Das ist das Schöne. Wenn du dich mit dem Lackstift einmal vermalt hast, ist es gar nicht schlimm. Du streichst einfach neu drüber und hast eine zweite Chance. Für das Thema Gleiseschottern haben wir beim M-Gleis eine Art Sonderstellung. Denn unser Gleis ist vor allem bei den Weichen sehr empfindlich. Daher brauchen wir ein relativ grobkörniges Granulat. Kleiner Schotter bringt da sehr viele Probleme mit sich. Daher nehme ich vom langen Nickel ein Granulat zwischen 3 und 5 Millimetern dick. Und dieses Granulat wird einfach lose gestreut. Wenn ich die Platte wieder abbauen will, kann ich es einfach wieder aufsaugen mit einem Schlucksauger oder mit dem Handstaubsauger und eben wieder zurückführen. Dieses Granulat ist auch mehrmals schon verwendet worden, aber es dient mir dazu, die letzten hellen Holzstellen zu bedecken. Ich dachte ja viele Jahre, ich wäre der Einzige auf der ganzen Welt, der auf die Idee gekommen ist. Aber ich habe dann später bei einem YouTube-Kollegen gesehen, dass er seine Anlage genauso gestaltet. Allerdings hat er eher ein rötliches Granulat verwendet. Das fand ich auch sehr interessant. Man sollte mal gucken, ob es vielleicht ein Granulat gibt, was M-Gleisfarbe hat. Das wäre natürlich das Allerbeste. Dann hättest du fast gar keinen Unterschied mehr zwischen Gleis und Granulat. Nach jedem Schottern sollte man mit dem Staubsauger das Gleis noch einmal absaugen. Auch wenn man diese kleinen Granulatkörnchen nicht sieht, so ist wirklich das Gleis wieder befreit und die Bahn kann sicher fahren. Ich liebe Reiterstellwerke. Also Stellwerke, die über die Gleise drüber ragen. Dieses Stellwerk ist sogar so, dass ich ein Birnchen, was nach unten strahlt, eingebaut habe. Das heißt, wenn es Nacht ist, wird die Lokomotive von oben beleuchtet, bevor sie in den Tunnel einfährt. Auch hier arbeite ich mit dem Granulat. Alle Löcher, die in der Platte sind, muss ich natürlich vorher zukleben. Also Löcher, wo Kabel durchkamen oder sonst irgendwelche Altlöcher von vorherigen Anlagen. Wie beim letzten Video dürfen natürlich Fahrbahnmarkierungen nicht fehlen. Ich habe hier eine zweite Chance bekommen, weil ich eben den Fahrbahnbelag noch einmal neu aufgemalt habe. Ach Freunde, das ist eine entspannte Tätigkeit. Also dieses Aufmalen dieser Striche ist eine Ergotherapie vom Feinsten, sage ich euch. Und der Effekt kann sich tatsächlich sehen lassen. Ich war ja im letzten Video schon ganz begeistert von diesem Lackstift. Und ich habe das Gefühl, ich werde keine Klebestraßen mehr verwenden, sondern einfach nur diese graue Farbe gemischt mit Schwarz und Weiß und den Lackstift dazu. Und alle sind glücklich. Also ich ganz besonders. Hier muss ich jetzt frei handarbeiten. Aber das ist bei Feldwegen auch nicht anders. Da sieht das auch ein bisschen unordentlicher aus. Also in interessanter Weise fast wie in der Realität. Ja und dieser Ponalleim, den kann man auch dafür nehmen, falls dein Baum einfach nicht gerade stehen möchte, weil das Loch zu groß ist beispielsweise oder ausgeleiert ist. Wenn das der Fall ist, einfach ein bisschen von dem weißen Zeug drauf und du steckst den Baum rein und er hält von alleine. Das ist total klasse. Der Kleber härtet aus und alles ist, also wirklich, ja, tolle Sache das Ding. Ich habe den Kleber lange Zeit gehabt und habe ihn nie benutzt, weil ich nicht wusste wofür. Als nächstes benutze ich diesen Kleber, um in den Tunneleinfahrten eine Art Mauer zu schaffen. Ja, die Profis hätten da vorher dran gedacht und sie hätten vorher diese Mauer eingeklebt. Ich habe eben nicht vorher dran gedacht. Daher muss ich jetzt ein kleines bisschen fummeln. Aber das Ergebnis sieht hinterher trotzdem ganz gut aus. Ja, der zweite Abschnitt ist ja wirklich einigermaßen schön geworden. Natürlich spielbahnergerecht. Na, ich habe es bestimmt schon hundertmal erwähnt. Der Profi, dem werden sich vermutlich die Zehennägel hochdrehen. Aber es geht hier wirklich darum, schnell zu einem Ergebnis zu kommen, weil ich bin ein ungeduldiger Mensch und ungeduldige Menschen, die können nicht fünf Stunden lang an einem Stückchen Gras sich aufhalten. Das geht einfach nicht. Ja, das Ergebnis ist selbstverständlich nicht so akkurat wie beim Profi. Und selbstverständlich finde ich aber, erscheint dadurch auch ein bisschen Raum für Fantasie, wenn nicht alles so tausendprozentig ist. Und das ist ja das, worauf es mir ankommt. Und trotzdem, die richtige Gemütlichkeit auf diesem Abschnitt ist noch nicht gegeben, weil bei der Ringstrecke mit den Autos und so weiter und so fort könnte man sagen, okay, es ist da sehr knuddelig, sehr eng und diese vielen kleinen Mäuerchen ergeben ein bisschen Gemütlichkeit. Hier müssen wir ein bisschen anders arbeiten. Und zwar tatsächlich haben wir sehr viel Grünfläche und die müssen wir mit sehr vielen Details füllen, um hier eine Gemütlichkeit zu erzeugen. Wie zum Beispiel mit kleinen Zelten, mit Tieren, Pferden, Affen, Schimpansen oder lieber Wildtiere. Das wäre ein bisschen besser. Diese Holzdinger, die habt ihr auch alle. So was. Oder hier, ich habe eine kleine Bierkiste gefunden. Wir machen das nachher noch im Großformat. Aber ich kann euch sagen, das war vielleicht eine Fitzel, aber diese Bierflaschen in diese Kiste hineinzukleben. Meine Herren. Deswegen legen wir mal los. Vor allem mit einem Thema, was ganz interessant ist und für mich auch Neuland. Und zwar geht es um Epoxidharz. Und zwar ist das ein dünnflüssiges Zweikomponentenharz, was man mischt und dann wird es hart innerhalb von 24 Stunden. Man kann es 40 Minuten, also die Bearbeitungszeit sind 40 Minuten. Man mischt dieses Epoxidharz, was wirklich nicht sehr teuer ist, im Mischverhältnis 1 zu 1. Also 20 Gramm davon oder 20 Milliliter davon und 20 Milliliter vom anderen. Man muss es sehr gut mischen und dann kann man es auch schon verarbeiten. Ich werde hier mein allererstes Gewässer in meinem ganzen Leben erschaffen. Daher drückt mir mal die Daumen. Wir haben hier ein echtes Amfängerharz. Normalerweise muss der Hertha im Mischverhältnis 2 zu 1 reingemischt werden. Dieses hier ist wirklich 1 zu 1. Es steht immer dabei, welches Mischverhältnis du brauchst. Es werden auch in so einem Set so kleine Becherchen mitgeliefert, dass du auch ganz genau die Milliliter ablesen kannst und keinen Fehler machst. Diese Mischung kommt in einen Tiegel und dort mindestens eine Minute verrühren, denn ihr seht, das Zeug ist sehr dickflüssig und der Hertha soll ja auch wirklich überall hinkommen. Eine sehr andächtige Tätigkeit. Man riecht, dass es Chemie ist, aber die monstergiftigen Dämpfe werden bei diesem Set nicht freigesetzt. Trotzdem Fenster öffnen ist immer eine gute Idee. Grundsätzlich mal. Und los geht's. Ich habe eine kleine Mulde entdeckt auf meiner Anlage und diese Mulde wird nun gefüllt mit diesem Epoxidharz. So kann ich einen kleinen Teich überhalb, oberhalb des Tunnels, ja, irgendwie anlegen, sagen wir es mal so. Anlegen ist ein schönes Wort. Es war echt wenig Aufwand und auch nicht teuer. Als Modelleisenbahner brauchst du ja nicht viel von dem Zeug, aber der Effekt ist wirklich schön. Und als nächstes kommt eine wirklich sehr schöne Beschäftigung. Männchen in Sitze reinkleben. Wir brauchen Minifiguren, Leute. Das ist Gemütlichkeit pur. Das gehört zu den vielen Details, die wir hier noch auf die Grünfläche bringen müssen. Und jetzt kann es auch schon losgehen mit dem Gestalten. Und ich finde, Stück für Stück kommen wir dem Ziel einer gemütlichen Anlage immer näher. Musik Amen. Amen. Das war jetzt quasi Spielbahner bauen an all die Profis da draußen. Wenn es euch die Zehennägel bei mancher Situation hochgedreht hat, dann tut es mir leid, aber es ist wirklich nichts für Profis. Es ist wirklich nur die einfachste, rudimentärste Weise, um schnell ans Ziel zu kommen. Wir möchten ja quasi schnell ein Ergebnis sehen und schnell spielen können. Das ist so der Hintergrund. Für die, die sagen, oh, das sieht zwar schön aus, aber es ist dann doch eine Nummer zu groß für mich, ist das gar kein Problem. Der Rest der Anlage wird viel, viel einfacher gestaltet. Das war jetzt nur, das ist quasi der Mittelpunkt meiner Anlage jetzt. Das wird jetzt bleiben und alles, was drumherum ist, wird jetzt quasi mit sehr, sehr viel einfacheren Mitteln gemacht. Und da ist garantiert was für euch dabei, dass ihr ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten habt, auch mit noch viel weniger Aufwand. Aber das machen wir nächstes Mal. In diesem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende und trefft euch mit netten Menschen, trinkt einen Tee und bis zum nächsten Mal.